Hi, ich heiße Ralf Winheim, bin 35 Jahre alt und komme aus dem Landkreis Gronach. Seit 19 Jahren arbeite ich bei der Firma FDO. Angefangen habe ich 2003 mit der Lehre, die drei Jahre lang gedauert hat. Dann habe ich noch weiterhin für sechs Jahre als normale Geselle in der Produktion gearbeitet und habe dann nach diesen sechs Jahren mich entschieden, auf die Meisterschule zu gehen, die ich dann auch erfolgreich abgeschlossen habe. Dann bin ich wieder zurück in die Firma gekommen, habe dort dann angefangen als Montagebauleiter, das ich dann knapp acht Jahre ausgeführt habe. Und dann habe ich nochmal innerbetrieblich die Stelle gewechselt zum Produktionsleiter, stellvertretenden Werksleiter, das ich bis heute ausfülle. Die FDO zeichnet meiner Meinung nach besonders aus, die Arbeitszeiten, die Flexiblen für die Mitarbeiter und dass man seinen Arbeitsbereich mit möglichst wenig Regeln angehen kann.